Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat auf der Torhüterposition frühzeitig die Nachfolge von Nationalkeeper Silvio Heinevetter geregelt. Die Hauptstädter verpflichteten am Donnerstag den Serben Dejan Milos Aveljeve, 23, vom früheren Champions-League-Sieger Vardar Skopje. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024. Meist gelesene Artikel Fußball, Europa League, das ewige Rätsel Özil-Fußball, Champions League hat Star, Klopp hat alles verändert, Hildebrand analysiert neue Regeln Handball, Handball macht rot der Absturz Fußball, Bundesliga-Bundesliga feiert Rekordumsatz die Verpflichtung des jungen Schlussmanns stemmt der Hauptstadt-Klopp. Mit Hilfe eines privaten Sponsors, der die gesamten anstehenden Kosten im Rahmen des Transfers und des ersten Vertragsjahres übernehmen werde, teilten die Füchse mit. Milos Aveljev soll gemeinsam mit Heinevetter, der bei der MT Melsungen einen Vertrag zur Saison 2020 einen 20. still unterschrieben hat, und Martin Zimmer in der kommenden Spielzeit ein Dreiergespann auf der Torhüterposition bilden. Mit Skopje kämpft Milos Aveljev am Wochenende beim Final-Fall in Köln um den Gewinn der Champions League. Let's block it's way! Es zo choose came. ppt Inen W Wait Why W W